Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute installieren wir mal Kaizen Linux. Ich bin durch Zufall über dieses Betriebssystem oder auch über diesen Namen gestolpert, unter anderem auch über dieses Logo und ich bin dann doch sehr interessiert, denn Kaizen Linux ist ein Debian basiertes Betriebssystem, welches sich an IT Professionals richtet und da bin ich natürlich hellhörig, weil ich bin überhaupt kein IT Professional, aber manchmal tue ich gerne auch so und hier auf der distrowatch.com Seite sehen wir schon ein paar kleinere Informationen. Das kommt aus Frankreich, hat diverse verschiedene Desktops und in der Kategorie ist es Spezialist, Data Rescue und Live Medium unter anderem. Das heißt, wir sind hier bei so einer Art Rettungsdisk oder Rettungsbetriebssystem, aber eben auch IT Professionals, sprich Server Administration, Sicherheit und so weiter und so fort. Vielleicht so ähnlich wie Kali Linux. Kaizen Linux.org führt uns auf diese wunderschön designte Seite. Ein sehr schönes Cooperate Design, wenn ich das so sagen darf. Ein schönes helles Rot und dieses Kaizen Logo und das sieht mir alles auch sehr, sehr schick aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, dann würde ich sagen, hier haben wir erstes Release ist 2019 gewesen, ist also noch gar nicht so lange her. Ist ein Rolling Release. Das heißt, man muss nicht ewig lange auf Updates warten und also basiert quasi auf Debian Testing. Das kann gut sein, muss aber nicht. Ja, und es enthält eine Toolbox für Netzwerken und Systemadministration. Und hier haben wir dann auch gleich den Download Link. Da gehen wir direkt mal drauf und sehen dann hier ein paar wunderschöne Screenshots. Gut, aber wir wollen uns nicht nur Bilder angucken, sondern gehen hier direkt in die Downloads. Und hier steht auch schon das Default Desktop Environment ist Mate. Das hier in der Mitte. Die Größe sind 5,3 Gigabyte. Man muss dann also genau schauen, dass man da ein bisschen Zeit investiert. So, ich gehe jetzt hier einfach auf HTTP drauf und dann wird Kaizen Linux runtergeladen. Ich stoppe das jetzt, weil ich habe das bereits runtergeladen. So, nachdem dann die ISO heruntergeladen wurde, muss sie auf einen Stick gebrannt werden oder auf einen Stick gepackt werden. Und hier ist der Ventoy Stick leider nicht geeignet. Also wer Ventoy benutzt, das funktioniert nicht, denn es kommt nachher beim Booten zu einer Fehlermeldung, dass das Installationsmedium nicht erkannt wird dann. Obwohl die Installationsroutine schon reingebucht ist und die Vorbereitungen dann schon laufen, aber wenn er dann das Medium einbinden möchte, funktioniert das nicht. Deswegen ist hier zu empfehlen, ein Programm wie zum Beispiel Barliner Edge zu verwenden. So wie hier. Dann einfach Flash from File, dann hier Kaizen Linux auswählen und bei Select Target dann entsprechend den Stick. Dann einfach auf Flash drücken und abwarten. Das dauert da teilweise 10 bis 15 Minuten und dann funktioniert das auch. So, wir werden jetzt die Installation nur mal anschneiden. Die Installationsroutine, denn ich habe Kaizen Linux bereits installiert auf meiner Labormaschine und da das ziemlich lange dauert, möchte ich jetzt die Installation nicht noch einmal vollständig durchführen. So, wenn wir dann in dem Boot, in der Boot-Auswahl sind, dann wähle ich wie gehabt den Sandisk Cruiser aus. Das ist im Prinzip der Stick, wo Kaizen Linux drauf ist und hier wird jetzt schon auf Französisch die Standardsprache angezeigt, was ich denn jetzt mit der ISO machen möchte. Hier bitte nicht verwirrt sein, einfach die Escape-Taste drücken. Dann komme ich hier hinten wieder raus, weil Französisch ist immer automatisch ausgewählt und dann hier ganz unten auf Install drücken. Nicht Live-Deutsch, sondern Install, denn bei Live geht es wirklich nur in die Live-Umgebung. Wir können ja mal ganz kurz reinschauen. Da können wir die Standard-Live-Umgebung, da gibt es einen Sicherheitsmodus, ja Beharrlichkeit mit Persistenzvolumen kann man das Ganze im abgesicherten Modus und so weiter. Also es gibt wirklich für jede IT-Art die Möglichkeit, diesen Stick zu booten. Wir gehen jetzt hier aber mal auf Install und dann auf Graphical Install. Das oberste einfach auswählen. So und dann sind wir hier in dieser Installationsroutine von, was wir ja von Debian kennen, allerdings eben in diesem wunderschönen, ja dunklen und roten Design von Kaizen Linux. So, wir wählen mal Deutsch aus, Deutschland Deutsch und jetzt kommt ganz normal die Hardware-Erkennung. Und hier kommt jetzt Installationsmedium erkennen und einbinden. Und das ist dann der Punkt, wo es scheitern wird, wenn du Kaizen Linux die ISO auf einen Ventoy-Stick hast. Dann würde der das hier nämlich nicht mehr erkennen und sagen, ist ungültig. Ja, deswegen muss es mit Balena Edge oder irgendeinem anderen Dienst direkt als einzelnes, als einzigen bootfähigen Stick eben installiert werden. So, dann hat man hier den Hostnamen. Ich nenne es jetzt hier einfach Kaizen Linux. Dann haben wir den Benutzernamen. Also hier erstmal den vollständigen Namen und danach den Benutzernamen eintragen. Und dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzernamen. Jetzt werden die Festplatten erkannt. Und da wird es jetzt spannend, weil hier gibt es möglicherweise ein bisschen was zu beachten, wenn wir jetzt gleich in die Partitionierung kommen. Debian ist ja ein bisschen pingelig, was Festplatten und so weiter betrifft. Besonders wenn du mehrere Festplatten hast, gibt es dann hier einige Sachen noch zu beachten, dass du hier nicht versehentlich die falsche Festplatte löscht. So, wir gehen mal auf geführt vollständige Festplatte verwenden. Denn ich möchte nicht nur einen freien Speicherbereich verwenden, sondern eine vollständige Festplatte. Da gehe ich jetzt mal drauf. Und dann wähle ich quasi die Festplatte aus, die ich haben möchte. Da wirklich genau gucken. In dem Fall ist das hier bei mir die Veno Scorb, die 256 GB Arbeit Festplatte. Da werde ich jetzt mal draufklicken. So, und dann eben alle Dateien auf eine Partition für Anfänger empfohlen. Man kann aber auch die Home, War und Temp Partition und so weiter alles trennen als einzelne Partitionen. So, und hier wird dann die Partition dann vorbereitet. Die ist noch nicht auf die Platte geschrieben. Und dann geht es unten einfach auf Weiter. Wir können mal gucken hier. So, wenn ich jetzt hier auf Weiter klicke, wird er dann anfangen, diese Partition zu erstellen. So, wie sie jetzt hier vorbereitet sind. Hier sehen wir das. ESTB. Das ist die hier. Das kann passieren, dass es fehlschlägt. Dass der sagt, nee, will ich nicht. Oder es gab einen Fehler. Oder ist nicht möglich. Oder wie auch immer. Dann wirst du wieder zurückgestellt auf diese Anzeige hier. Oder auf diese Auflistung. Dann machst du einfach folgendes. Du klickst hier oben einfach doppelt drauf. Auf die, also nicht auf die einzelne Partition, sondern hier wirklich auf die Platte dann. Doppelt drauf. Dann fragt der, ob du eine neue Partitionstabelle erstellen möchtest. Also sprich hier MBR oder GPT. Und das sagst du dann einfach Ja. Und dann kommst du hier wieder auf dieses Menü an und klickst dann auf Weiter. Und dann klappt das in der Regel auch. Und dann erstellt er im Prinzip automatisch die Festplatten und fängt dann an, einfach zu installieren. Ja. Und das dauert dann, bei mir hat das knapp 20 Minuten gedauert. Und dann startet der auch automatisch neu. So, wir gehen jetzt davon aus, dass die Installation auch ordnungsgemäß abgeschlossen wurde. Dann startet der Rechner. Und dann kommt man hier automatisch in den Kaizen Linux Rub Bootloader. Und wie wir hier sehen, hat er auch automatisch meine Debian Installation erkannt. Das ist dann im Prinzip mein NAS Server, mein Datensicherungs-Server, den er hier mit erkannt hat, der auf den anderen Festplatten drauf ist. Sehr gut. Und ja, dann klicken wir einfach hier. Wir sehen hier auch das ganze Bootmenü. Der Bootloader ist auf Deutsch. Das sieht man ganz unten. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, einfach mal Enter drücken. So, hier muss jetzt im Prinzip der Benutzernamen und das Passwort rein. So, machen wir hier den Benutzernamen. Das ist dann Typ. Und hier dann das Passwort ebenfalls eintragen und dann einfach anmelden. Und schon sind wir hier auf der Oberfläche. Sieht wunderschön aus mit dem Hintergrundbild, was im Prinzip so ein bisschen die Weltkarte darstellen soll. Also hier in der Mitte Europa, hier unten Australien, Afrika. Sehr, sehr schick. Und so insgesamt macht dann der Mate Desktop auch einen sehr, sehr wunderschönen Eindruck. So, hier auf dem Desktop sehen wir so ein paar wichtige Symbole, wie zum Beispiel der persönliche Ordner oder eben auch direkt der Computer, wo wir dann alle Festplatten sehen. Dann kann man hier Netzwerkserver einbinden. Dann gibt es hier noch ein paar Datenträger. Ein 918-Kilobyte-Datenträger. Den gucken wir uns gleich mal an. Ah ja, okay. Das ist von meinem Stick. Das ist quasi von meinem Stick der Bootloader quasi. Okay. Und das ist im Prinzip die ISO selber. Ja, das kann man dann hier nochmal drauf. Okay. Gut. Hier werden dann also die USB-Sticks angezeigt, wenn man die dann einbindet. Und der Papierkorb natürlich. Gut. Mehr gibt es hier oben quasi nicht zu sehen. Es ist, wie gesagt, alles auf Deutsch eingestellt. Das finde ich sehr, sehr schön. Wir haben hier ein paar System-Sachen, Einstellungen und so weiter. Das finde ich bei Mate immer sehr schön, dass das hier wunderbar, ja, aufgegröselt ist. So, hier haben wir dann noch ein paar Orte. Da könnte man dann auch nochmal direkt mit Servern verbinden oder direkt auf die Ordner drauf zugreifen. Und hier haben wir dann die Anwendungsliste. Gucken wir gleich. Erstmal schauen wir hier noch die Symbole an. Was haben wir hier? Pluma. Ein einfacher Texteditor, der aber wunderbar auch zum Bearbeiten von Skripten ist. Sehr, sehr schön. So eine Mini-IDE quasi. Sehr, sehr hübsch. So, dann haben wir hier unseren Dateimanager. Das ist Haya. Der Standard-Dateimanager für Mate-Desktop. So, hier haben wir ein Bildschirmfoto aufnehmen. Können wir dann im Prinzip jetzt einen Screenshot machen, wenn wir das denn möchten. Können wir mal abbrechen. So, den Firefox. Der Standard-Browser. So, hier ist der Privacy-Badger bereits vorinstalliert. Hier sind schon einige Add-ons schon vorinstalliert. Okay. HTTPS Everywhere. Das heißt, hier erzwingt er im Prinzip die Anforderungen der HTTPS-Seiten. Das ist sehr, sehr gut. So, wie gesagt, Privacy-Badger ist hier. Und uBlock Origin ist ebenfalls standardgemäß installiert. Allerdings ist der Firefox hier mal wieder auf Englisch. Das ist manchmal so. Da dann einfach in die Settings gehen. Dann hier oben nach Lang suchen. Dann kommt man hier auf Language. Und dann kann man hier direkt, wo Englisch steht, direkt gleich die Sprachen einstellen. Einfach hier Select Language. Dann DE für Deutsch. Zack. Add für hinzufügen. Okay. Und dann hat er die Sprache auch schon komplett geändert. Ging also ganz, ganz einfach. Und nach einem Update im Prinzip muss das Ganze nochmal durchgeführt werden. Gegebenenfalls ein sicherer Browser. Und dann haben wir hier noch als letztes Symbol einen Terminator mit Kaizen-Standard-Konfigurationen. Okay. Das ist so ein transparenter Terminal. Und hier können wir dann im Prinzip auch schon ein bisschen größer machen. Das ist sehr, sehr schick mit diesen bunten Farmen. Rot, Gelb und Blau. Wir gucken mal, ob NeoFetch schon vorinstalliert ist. Ist tatsächlich so. Und da sehen wir hier diesen Drachen im Prinzip. Den Kaizen-Linux-Drachen. Und hier schon ein paar Informationen. Sehr cool. Und ja gut. Dann gucken wir aber gleich nochmal, ob wir irgendwas im Terminal hier heute machen können. Zuallererst schauen wir uns mal an, welche Anwendungen vorinstalliert sind. Und das Anwendungsmenü ist sehr schön getrennt zwischen Linux-Anwendungen und Kaizen-eigene Anwendungen. Und wir gucken erstmal bei Benutzer-Anwendungen rein, was wir so im Büro haben hier. Wir haben im Prinzip die komplette LibreOffice-Bibliothek drinnen. Das ist sehr, sehr schick. Ich werde jetzt mal mit den Pfeiltasten arbeiten. Das ist ein bisschen einfacher als mit der Maus. So. Bei Grafik haben wir einen Bildbetrachter, ganz normal. Aber eben auch den GIMP haben wir vorinstalliert. Auch das ist sehr, sehr schick. So. Dann gibt es den Firefox Qubit-Torrent für das Laden von Torrent-Dateien. Und den Thunderbolt-Email-Client. Zum Thema Programmierung haben wir VS-Codium drinnen. Und das VS-Codium ist im Prinzip die freie, quelloffene Alternative zu Microsoft Visual Studio Code. Es sieht quasi eins zu eins genau gleich aus. Nur es kommt eben nicht von Microsoft, sondern dieser Open-Source-Teil wurde quasi geforkt und es wurde eine quelloffene Alternative geschaffen, ohne die, ich sag mal, Bloatware von Microsoft drin. Es ist im Prinzip vergleichbar wie mit Chromium als Alternative zu Google Chrome. Und das Original VS-Code kann man sich natürlich trotzdem laden. Und das ist im Prinzip eine der umfangreichsten Ideen, die es so gibt. Also ich auch, ich arbeite sehr, sehr gerne mit VS-Codium, wenn ich mal irgendwas mache, weil es wirklich super toll ist und auch hervorragend mit GitLab und GitHub zusammen kooperiert. So, das Original ist hier auf Englisch. Das kann man aber entsprechend dann ändern. So, hier bei den Extensions kann man dann, glaube ich, die Sprache auswählen. Schauen wir mal, ob ich jetzt hier einfach mal Deutsch eingebe. So, German Language Pack, genau. Und dann kann ich hier einfach auf Install klicken. So, und dann einfach Restart. Und dann ist jetzt VS-Codium vollständig auf Deutsch. Sehr, sehr schön. Ja, und dann kann ich jetzt hier ein Repository klonen, eigenes Repository erstellen und so weiter und so fort. Und hier sehr, sehr gut mitarbeiten. Also es ist wirklich das Must-Have für IT-Professionals. Sehr schön. So, was haben wir sonst noch? Schönes. So, das war jetzt VS-Codium. So, dann haben wir unter System-Werkzeuge. Da sind dann die üblichen Verdächtigen für MATE drin, unter anderem eben den Dateimanager Kaya. Dann Disk-Image-Mounter gibt es noch, System-Überwachen. Das MATE-Terminal ist im Prinzip dasselbe wie das Kaizen-Terminal, nur halt ohne die Kaizen-eigenen Einstellungen. Und dann noch ein System-Protokoll-Betrachter. Bei Ton und Video, der VLC-Media-Player ist hier als einziger Player standardgemäß installiert. Und bei Zubehör gibt es dann noch, ja, ein paar MATE-eigene Sachen, wie zum Beispiel auch Blume. Und WIM ist hier ebenfalls vorinstalliert. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist absolut ausreichend und wirklich hervorragend, dass das eben nicht so aufgebläht ist mit unzähliger Software, sondern wirklich nur das wichtigste, notwendigste, das, was die meisten brauchen, schon vorinstalliert ist. Und das, was jeder Nutzer dann noch zusätzlich haben möchte, vielleicht einen anderen Player oder eine andere IDE, der kann das dann ganz einfach nachinstallieren. So, wir gucken jetzt aber mal, was wir jetzt hier noch unter Kaizen-Linux haben. Und jetzt sind wir hier im Prinzip bei der Sache, die man auch von Kali-Linux oder Parrot OS kennt. Das sind wirklich dann, ja, umfangreiche, zum Teil Terminal-basierte Anwendungen, wo man wirklich selber auch wissen muss, was man überhaupt möchte, um diese Sachen eben zu verwenden. Ja, hier haben wir dann diverse Tools, die im Prinzip dafür zuständig sind, eben Dateisysteme zu bearbeiten, zum Beispiel zu erstellen und zu verändern. Also hier gibt es wirklich eine ganze Reihe von Anwendungen. So, dann machen wir mal weiter. Was haben wir dann an Dienstleistungen? So, wir haben hier Toping und dann diverse Tools, Avahi. Und wie man sicherlich schon sieht, der Unterschied jetzt zwischen diesen Tools und zum Beispiel BlackArch oder wie gesagt auch Kali-Linux ist nicht, dass hier irgendwelche Hacker-Tools drin sind, sondern das sind hier Tools zur Administration von anderen Systemen und Servern. Clam.rv zum Beispiel ist ein Antiviren-System. Dann kann man hier die Containerisierung aktivieren und deaktivieren hier LXC-Container oder Docker-Container oder eben Podman, den kann man hier aktivieren. Hier steht jetzt behindert als Übersetzung. Das ist natürlich falsch übersetzt. Das müsste deaktiviert heißen. Das ist aber, da hat jemand quasi eine einfache Übersetzung gemacht und hat disabled, versucht ins Deutsche zu übersetzen. Und disabled heißt eben unter anderem eben auch behindert. Das ist aber hier in diesem Kontext falsch. Wer also hier mal mitmachen möchte, der kann bei der Übersetzung mitarbeiten einfach mal Kaisern-Linux kontaktieren und da einfach mal mitmachen und bei den Übersetzungen helfen. Ja, und dann hat man hier Firewall-Server, HDD, Temp, LibWird ist hier gleich mit drin. Das kann man aktivieren und deaktivieren. Neo4j ist im Prinzip so ein, ja, ein Journal-Tool. Aber das ist das geupdatete Log4j, wo es vor ein paar Jahren diese, diese schwere Sicherheitslücke gab. So NTP-Server, OpenVPN haben wir, R-Sync, Samba-Server und das kann man alles hier aktivieren, deaktivieren und ja, man kann hier sogar einen Massenstart machen und alle Dienste aktivieren oder eben alle Systemdienste deaktivieren, die man eben so braucht. So, deswegen steht hier auch Dienstleistungen. Im Prinzip sind hier Services und Dienste gemeint. Auch hier nehme ich mal an, wird es auch wieder ein Übersetzungsfehler sein. Ist ein bisschen schade, aber naja, es gibt Schlimmeres. So, dann haben wir hier noch Exegol. Ich weiß leider nicht, was Exegol ist, deswegen können wir hier einfach mal in die Dokumentation reinschauen. Vielleicht finden wir hier etwas Professional Hacking Setup, Exegol. So, wie es aussieht, ist Exegol so eine Art virtuelle, ja, Hacking-Umgebung, die im Prinzip eine eigene virtuelle Umgebung erschafft, um bestimmte Sachen durchzuführen, ohne jetzt das eigene Betriebssystem irgendwie, ja, in Mitleidenschaft zu ziehen oder zu beeinflussen. Okay, das ist durchaus wichtig. Dann gibt es hier noch verschiedene Werkzeuge, wie zum Beispiel Btop. Sieht richtig cool aus. Das kann man dann als Hintergrundbild so laufen lassen. Hier wird einem auch dann angezeigt, welche Dienste aktivieren. Das ist eine sehr schöne, ja, Htop-Alternative. Ja, und dann sind hier halt auch noch viele Tools drin, die man so gebrauchen kann, wie zum Beispiel Git Repair. Htop ist trotzdem noch drin. Dann ein Hex-Editor haben wir hier, die Kaizen-Dokumentation. Nun gibt es hier einen Interface-Switcher. Mal schauen, was der macht. So, hier kann ich zum Beispiel von, ja, Marte auf eine andere grafische Oberfläche switchen. Ich mache es ja mal ein kleines bisschen größer, dass man das auch besser sieht. Und zwar kann ich dann hier wechseln auf KDE Plasma, LXQ oder XFCE. Ich drücke jetzt hier einfach die 4, weil ich möchte da jetzt doch nicht switchen. So, hier gibt es dann ein Kaizen-Update. Das können wir gleich mal machen. Zuallererst gucken wir noch, was wir sonst noch so haben. NeoFetch Midnight Commander ist hier mit drin. KeyPassX als Passwortverwaltung. Sehr schön. Und dann noch diverse andere Tools. So, dann haben wir noch ein paar Verwaltungstools für DevOps und Cloud. Also wir haben Ansible, haben wir schon vorinstalliert. Deswegen ist die ISO nämlich auch so groß. Äh, wir haben bei Benutzeranwendungen gar nicht so viele Tools gesehen. Aber ich sag mal, diese ganzen DevOps und Cloud-Geschichten, das nimmt natürlich auch eine Menge, Menge Platz weg. Und die Sachen sind alle schon vorinstalliert. Ja, wie gesagt, Ansible. Dann, äh, ja, die AWS, die Amazon Cloud. Docker ist schon installiert mit Kubernetes. LXC-Container kann man dann hier starten. Terraform ist bereits vorinstalliert für, ja, ist auch für DevOps-Anwendungen. Azure, Microsoft Azure Cloud ist mit installiert. Äh, K6 ist glaube ich auch zum Verwalten von Kubernetes. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. OpenStack, Potman für, ähm, ja, Containerisierung. Also zur Nutzung von Docker, äh, Bargrant und Vault. Sehr, sehr cool. Was da alles drauf ist schon. So bei Netzwerke haben wir dann ein paar Netzwerktools, die man eben so gebrauchen kann. Wie zum Beispiel ein Mac-Changer gibt es hier. Äh, dann alle sämtliche Monitoring-Tools, die man eben so brauchen kann. Hier haben wir zum Beispiel auch Wireshark mit dabei für das Netzwerk-Monitoring, Scanner, ähm, dann OpenVPN. Ist sehr, sehr wichtig, dass man hier auch eine VPN-Einstellung machen kann. So hier haben wir Wi-Fi-Tools, unter anderem auch Aircrack-NG, falls man Wi-Fi mal hacken muss. Break-On-LAN kann man hier ebenfalls aktivieren. Und als Systemverwaltungstools haben wir hier noch App-Armor. Ist eine Sicherheitslayer, Backup, äh, Datenbanken-Tools, DHCP, DNS, Fernverwaltung. Da ist ein, äh, da ist unter anderem T-Max mit drin. Finde ich interessant. Aber auch eben ein Remote-Desktop-Verwaltung, äh, wie zum Beispiel Remina für Fernwartung kann man das, äh, nutzen. Oder A-Desktop für die Verbindung mit einem Windows-Client. Auch in Ordnung. Firewall haben wir hier mit IP-Tables, FTP-Sachen, Microsoft-Sachen, unter anderem auch die PowerShell. Sehr cool. Falls man PowerShell-Kommandos braucht. Oder eben, falls man ein, äh, ein Microsoft-Enterprise-Account verwalten möchte, kann man hierüber eben auch mit PowerShell diese Sachen steuern. Auch sehr wichtig. So, SSL-Virtualisierung. Da haben wir dann ganz normal QMU und VirtualBox beide mit drauf. Das ist sehr gut. Ja, dann haben wir noch Crony für Cronjobs zum Einstellen, LDAP-Domain und noch XDA. Und das war's im Prinzip bei den Verwaltungstools. Zum Schluss gibt's noch Wartungswerkzeuge zum Analysieren von Sachen. Dann gibt's hier noch zum Thema Datenschutz, SuluCrypt zum Beispiel, zum Erstellen auch von, äh, Crypt, letzten Crypt-Zertifikaten. Veracrypt zum Beispiel ist mit dabei. So, hier haben wir dann noch ein paar Datenwiederherstellungstools. Ich glaube, das sind dann die Tools, die bei der, äh, bei der Rettungsdisk als einzige installiert werden. Ja, das kann durchaus sehr, sehr wichtig sein. Analyse-Tools für Festplatten, Hardware-Analyse, unter anderem CPUX. Hier kennt man zum Beispiel Hardware-Info, HW-Info oder Probe. Inxi ist auch sehr, sehr cool und sehr, sehr wichtig für, für den Support. Falls man Probleme hat und Support benötigt, weil irgendwas nicht richtig funktioniert, dann ist immer ganz gut, Inxi einmal auszuführen und dann entsprechend diese Daten einfach mitzugeben. Da sind keine persönlichen Informationen drinne, sondern lediglich wichtige Daten, die im Prinzip für die Laufzeit hier wichtig sind. Ja, zum Beispiel der Kerne und welche, ja, Distro genau, der Desktop, den man hat, dann die Grafikkarten und den Prozessor und welche Grafikkarte und welche Soundkarte und welche Festplatten verbaut sind und wie groß und wie viel Prozent und was geswappt wird und so weiter und so fort. Ja, und die sind durchaus wichtig, kann man in Support, das wird auch oft in Support-Foren angefragt, ob man dann mal sein Inxi mitliefern kann. So wird das dann oft auch genannt, sein Inxi. Gut, dann machen wir einfach weiter. Da haben wir noch Clone, Clonezilla, da kann man Festplatten klonen, Partitionen klonen und so weiter. Malware-Scam haben wir Claim-TK mit drauf. Sehr cool, ganz wichtig. Ja, einfach auch, um Sicherheit abzuklopfen. So, Outlook, PSD, Partitionieren. Partitionsprogramme haben wir hier mit drauf. Unter anderem eben auch G-Partit, den Klassiker, aber eben auch ein paar Sachen wie zum Beispiel G-Disk. Das nutze ich dann gerne im Terminal. Das ist dann ziemlich einfach. So, Passwort-Tools haben wir auch ein paar zum Cracken. Unter anderem Hydra und John the Ripper ist mit dabei. Sehr, sehr cool. Und noch ein paar Sensoren sind mit dabei und USB-Boot. Unter anderem Valena Etcher ist auch hier installiert. Huh! Mensch, eine ganze Menge und tatsächlich für IT-Professions, für Leute, die professionell in der IT arbeiten und ein Betriebssystem benötigen, das sehr umfangreich, aber eben auch nutzerfreundlich und nicht ganz so aufgebläht ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Ist wirklich sehr, sehr schön. So, wie kann man jetzt das System updaten? Da gibt es dann diverse Möglichkeiten. Zum Beispiel ganz einfach mit sudo apt-update nehme ich mal an. Kann man hier erstmal update durchführen. Da es sich ja hierbei um ein ganz normales Debian handelt, kann man hier ganz normal den apt-Paket-Manager benutzen. Und hier sind 1550 Pakete zum Aktualisieren verfügbar. Das können wir jetzt einfach mal machen mit sudo apt. Dann nehme ich einfach full minus upgrade und dann werden jetzt hier ein Gigabyte an Daten nachgeladen und das warten wir jetzt einfach mal ganz kurz ab, bis er hier mit dem Aktualisieren fertig ist. So, hier sieht man dann auch, hier wurde jetzt gerade ein ButterFS Snapshot erstellt mit Timeshift. Die Pakete sind jetzt quasi runtergeladen und jetzt wurde ein Snapshot erstellt und jetzt werden sie auch installiert, die Pakete. Nur für den Fall der Fälle, dass die Installation fehlschlägt oder dass irgendwelche Fehler nach der Installation auftreten, kann man hier einfach wieder zurücksetzen auf ein vorheriges Snapshot. So, das Update ist durchgeführt und das System ist jetzt auf dem neuesten Stand und alle Pakete sind aktuell. So, das ist eine Möglichkeit, wie man ein Update durchführen kann, ein Systemupdate. Und dann gibt es ja hier noch bei Kaisen Linux ein, ja, ein eigenes Skript. Und zwar hier haben wir dann Kaisen Update unter Kaisen Linux verschiedene Werkzeuge, Kaisen Update. Und wenn ich das einfach mal aufrufe, dann sieht man oben schon sudo Kaisen Update und dann einfach das Passwort rein und dann wird im Prinzip genau dasselbe durchgeführt. Und ja, das letzte, was man noch selber machen könnte, wäre dann sudo apt und dann clean, um eben den Cache zu lernen. Das ist dann ziemlich schnell und einfach. So, das sind im Prinzip die beiden Möglichkeiten. Das war es im Prinzip auch schon mit Kaisen Linux. So, für wen ist das System somit geeignet? Ganz klar das, was Kaisen Linux auch selber bewirbt. IT-Professionals, Leute, die viel mit Server-Administration oder Rechner- zu tun haben. Das System Kaisen Linux ist sehr schlank, sehr schnell. Es ist ein schönes Debian, allerdings ein Debian-Testing, was eben bedeutet, man hat die neueste Software drauf und das kann durchaus auch zu Instabilitäten führen. Es ist also ein Rolling Release und der Mate-Desktop macht das System unfassbar schnell und ressourcenschonend. Nein, das wohl eher nicht, da hier ziemlich viele Tools drauf sind, mit dem man möglicherweise das System selber auch kaputt machen kann. Für Anfänger also nicht geeignet, sondern eher für fortgeschrittenere Nutzer, die auch mit Debian sich sehr gut auskennen und auch mit Systemverwaltung. Das sei hiermit auch gesagt. Ich kann sogar eher empfehlen, das ganze System als Live-CD oder als Live-ISO auf einem USB-Stick einfach mit sich rumzuführen und gar nicht auf einem Rechner fest zu installieren, vielleicht auf einem eigenen Notebook, welches man eben für die Systemadministration verwendet, aber nicht als Daily-Driver zu empfehlen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.